Musik 2023 Kalenderwoche 39 Warten ist Leben lassen Handeln ist Leben Heinz Körber Wer das Feuer der Begeisterung entfachen will, muss vor Überzeugung brennen Ernst Verstel Was wir heute gestalten, wirkt in die Zukunft Was wir heute unterlassen ebenso Wolfgang Kovnatka Alles hängt von der Intensität ab, die man auf eine Sache verwendet Gustav Flaubert Gespräch ist gegenseitige distanzierte Berührung Marie Freifrau von Ebner Eschenbach Ein guter Anfang braucht Begeisterung Ein gutes Ende Disziplin Hans-Jürgen Quatt Beck-Säger Wenn man die Welt mit gelangweilten Augen ansieht, kann sie nie interessant sein Gut gesagt Man nutzer Nichts Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020